Hastaprasarana, Vajrasana, der Fersensitz mit ausgebreiteten Armen. Sitze auf den Fersen, Vajrasana, gib die Arme zur Seite, Handflächen nach oben, gib vielleicht sogar Daumen und Zeigefinger zu Chinmudra, wölbe den Brustkorb leicht, atme tief ein und aus und spüre, wie dein Herz sich öffnet in einander, in Freude und in Prema, in Liebe.